Wir organisieren die Weltmeisterschaft in Bodypainting, Make-up und Special Effects hier in Kärnten. Mein Name ist Alex Barendrecht von der Firma WB Productions. Unser Spezialgebiet sind Inszenierungen mit dem menschlichen Körper, Bodypainting, Make-up und Special Effects. Die Internationalisierungsoffensive Go International war für uns ein wesentlicher Anreiz, ins Ausland zu gehen. Mit dem Bildungsexport haben wir mit Workshops in Russland begonnen und in weiterer Folge auch die Ukraine, Südkorea und England erschlossen. Die Beratungsstelle der Außenwirtschaft in Kärnten war erster wichtiger Ansprechpunkt für uns. Wir haben dort sehr viel Know-how erfahren, um den Schritt ins Ausland zu wagen. Untertitelung. BR 2018